Hallo ihr Lieben! Heute gibt's das Klassischste, die Klassischste Beilage, die es eigentlich beim Grillen geben kann, nämlich einen leckeren Nudelsalat mit Mayonnaise, aber ganz wichtig, nicht zu viel, sondern so, dass es immer noch leicht schmeckt. Ich bin richtig gespannt, was ihr zu dem Rezept sagt, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das fleißig nachmacht und jetzt kommen wir schon direkt zu den Zutaten. Wir benötigen Nudeln, das sind Korkenzehrnudeln, die sind ja ganz typisch für den Nudelsalat und die habe ich bereits einmal gar gekocht und komplett abkühlen lassen. Außerdem benötigen wir Erbsen und zwar die sehr feinen, Mais und auch ganz wichtig Gewürzgurken. Das Wasser von den Gewürzgurken, das dürft ihr nicht wegschütten, das brauchen wir ebenfalls. Außerdem Mayo und hier ist es auch egal, ob ihr die Fettarme oder die Vollfettvariante nehmt. Etwas Ketchup und Salz und Pfeffer. Den Mais und die Erbsen, die können wir direkt schon zu den Nudeln geben. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Nudeln schon komplett ausgekühlt sind. So, jetzt müssen wir die Gewürzgurken schön fein würfeln und dann kommen die auch noch mit hinzu. So, falls der eine oder andere jetzt Fleischwurst vermisst. Ich persönlich bin der Meinung, man isst ja beim Grillen sowieso schon total viel Fleisch, aber ihr könnt es natürlich an der Stelle dann auch noch reintun. So, das ist jetzt vorbereitet und jetzt geht es an unser leckeres Dressing. So, jetzt geben wir ganz einfach alle Zutaten in unsere Schüssel, also hier die Mayo. Ich habe jetzt heute mal die Fettarme Variante genommen, aber es geht natürlich mit allen anderen Mayo-Varianten auch. Außerdem ganz wichtig auch unser Gewürzgurkenwasser, das gibt einfach so einen ganz typischen Geschmack. Dann noch Ketchup dazu und Salz und Pfeffer. So, das war's eigentlich auch schon. Jetzt gießen wir das nur noch über die restlichen Zutaten, rühren das gut um und dann ist der Salat eigentlich auch schon fertig. Und das war's eigentlich auch schon. Jetzt sollte er noch etwa 1-2 Stunden durchziehen im Kühlschrank, am besten abgedeckt, damit auch die Flüssigkeit richtig schön in den Nudeln eingezogen werden kann. Aber ich muss dazu auch sagen, das ist generell so ein, auch wenn das ein Nudelsalat ist, eine etwas leichtere Variante, denn der ist nicht so, ja, Mayonnaise-lastig. Ich finde nämlich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man beim Grillen sitzt und dann so einen richtig fettigen Mayonnaise-Salat isst. So, nach 2 Stunden Ziehzeit ist der Salat jetzt perfekt optimal. Jetzt könnt ihr raus zum Grillen und den Salat genießen. Der ist super lecker, probiert ihn unbedingt mal nach meinem Rezept aus. Ich geh jetzt auch noch ein bisschen raus, die letzten Sonnenstrahlen genießen, ein bisschen was für den Tang machen, okay, für den Teint. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.